tanzt und wackelt mit den ohren ja servus leute wie geht's heute ich bin's wieder auch alle mit ganz und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren runde schatten des krieges wir haben es beim letzten mal angekündigt diese festung war ursprünglich ein bisschen zu niedrig als dass wir sie hätten angreifen sollen und deshalb sage ich nur wirklich tanzt wackelt mit den ohren wackelt mit dem hindern wackelt mit sonst was auch immer wackelt mit dem hoden scheiß der hund drauf mit allem was ihr habt und was wackelbedürftig ist denn das ist wirklich heute eine wohltat für die augen sage ich dabei nur na gut man kriegt augenkrebs wenn man den sozusagen in die fraz guckt aber ich bin wirklich wirklich froh dass du das das gemacht hast meine liebe grüße gehen an dich raus riesen riesen lob viele haben es wahrscheinlich schon echt sich nicht mehr gewünscht und erhofft darauf gebrannt dass die wie genauso wie der wahrscheinlich weniger ich hoffe dass ihr weniger gebrannt habt wieder das kann ein bisschen heiß im kopf rum sein aber dass wir diese festung einnehmen alles klar wir haben besorgt den ewigen hier drin junge diese festung die war beim letzten mal schon krass und jetzt was geht ab was was geht ab was geht ab was geht ab leute was geht ab und wahnsinn geil ich freue mich ich freue mich riesig und dann gibt es noch das ist auch mal eine interessante kombi und dux den quäler haben wir auch mit dabei geil garst der zwei gesagt kann die bar wunderbar wunderbar skunde barbarische das sind aber relativ stark finde ich sogar hork der nachtbringer ich sage euch eins ich bin mehr mehr als happy diese festung jetzt angreifen zu dürfen und man kennt keinen davon ich bin so glücklich darüber wirklich kurz vor halloween ist es auch wieder ist es jetzt eigentlich soweit und loslegen kommt halt dein maul her jetzt die frau scheiße oder nicht das ist auch mit der scheiß leere um die sau will sich zurückziehen nicht mit mir nicht mit mir ich schlüpze ich auf du sau scheiße gelaufen wunderbar krassen brecher so einfach gekillt alle sind original talion betroffene lebt hier noch was der kollege deswegen liebe kinder finger weg von drogen das war eine eindeutige headshot ich weiß nicht was ihr habt meine fresse die sau haut ab nicht mit mir alter alt ich weiß genau wer das ist ach so ne doch net das ist mir schon ein bisschen irgendwie leid also ich meine hätte es ja fast funktionieren können aber neuer ich finde es auch geil kann man mir sagen was man will nice wunderschön sterbt ihr nutten naja irgendjemand ist da schon wieder entsetzt irgend so ne Ratte ist schon wieder entsetzt ich hoffe jetzt nur nicht dass das der Gauner prolet ist also unser sock der ewige weil den zu kriegen ist halt immer so ein bisschen tricky sag ich jetzt mal jetzt hier nochmal durch da ist was da rennt irgendwas ich weiß noch nicht was ist es aber irgendwas ist der entsetzt borgung der kann ich war okay habe ich im zweifelsfall noch mit leben ich habe trotzdem gefragt ob der irgendwas zu sagen hätte ich quetsche dir das leben aus und absorbiere deine energie jeder schlag macht dich schwächer mit jedem schlag wächst meine macht okay kann man es natürlich auch sehen es ist so ein vampir der hat eigentlich die zähne in der faust siehst du das nur wenige probleme lassen sich nicht mit feuer lösen und du gehörst nicht dazu ich glaube da bist du ganz schön an der falschen stelle weil durch unseren durch unseren bild oder unseren gier sind wir halt so fast schon feuer gegen feuer immun ich begreife es nicht wie konntest du mich schlagen tja satz mit x für dich war das wohl doch nix ne das war mal historisch betrachtet waren früher so sind die früher echt auf die knöchel abgefahren ich weiß nicht ob das ein vorläufer führen fuß fetisch war damals so das geht ab irgendjemand stirbt hier gerade ich weiß nicht ach der mutzklop das hat den mutzklop erwischt das ist doch unser mutzklop ihr scheiße unser mutzklop ungewöhnlich verdammte hacke menschen wo menschen wo alter von hier gibt es ein bisschen akkus mal weißt du was behalte deinen scheiß für dich wirklich danke meine güte diese orks sind unverbesserlich und verbesserlich sind wir sind selbst die farbe die feige hatte warte mal kurz ich muss mal kurz sie einen knallen ein knallen lassen ist auch gut einen kurzen furzel lassen du dumme sau leute leckt mich doch alle am arsch mal hier und zwar kreuzweise ihr dumm drecks schweine arschlöcher weg du pissen elke drecks spinn schon wieder freigelassen danke ihr arschlöcher haben einfach den ewigen umgelegt ich fasse sagen oh verdammt ich habe jetzt gerade den ewigen getötet aber hey macht euch nichts draus alles cool warum sollten warum warum überhaupt nicht einfach den sock umgelegt stehen du arsch weißt du was du alter und sorg ist anscheinend echt der einzige denn lol die dunkelheit saurons die stecke ich dir in den arsch und zwar quer du sie auf naja mensch stirbt doch mal der hacke alles gut das arschloch da dummer sau du kämpfst einen verlorenen krieg jungen hätte es nicht mal für eine augenklappe erreichen können weil sie alte mal ja mit fast ins gehirn die tür oder auch nicht keine stimme zum hinten abstechen um scheiße die tötten einfach ihre eigenen leute das war sogar einer von meinen schade haben wir mal hier im kurzen bremst es könnte ein bisschen feurig hier werden ich frage mich eigentlich ob der tabin wie weit der tag und das fühlt dass er brennt das tut ihm gut so also wenn er dich beeinträchtigt wird er ja nicht also von anatomie hat er wirklich keine ahnung so viele zähne habe ich gar nicht nichts ist gewonnen waldläufer der dunkle herrscher bestraft dich er wird alle menschen bestrafen komm halt es mal so 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 ich habe nur eine frage und du darfst natürlich nein sagen aber gibt es eine chance dass du mich nicht tötest er macht mich fertig wird nicht dieser urug macht mich so fertig ich weiß ein ihm ist das süß schnippt noch einmal die verdammten karago an die leine immerhin sind wir hier in der staat hier gilt leiden pflicht da feuer 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 das macht meine jungs kriegen saures dafür dass du es hier reingeschafft hast aber erst schlachten wir dich und deine ganze rebellenarmee ab das hätte auch hätte auch darf weder sagen können ich kann mal so ganz 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 bös gesagt eigentlich hätte er das auch so ich bringe dir dunkelheit sie will dich ergreifen schließt die augen und öffne sie nicht mehr also weißt du wenn ich dich so sehe denn manchmal denke ich mir ja sollte ich vielleicht besser tun abgestochen bist du warum nicht frage ich dich warum nicht frage ich dich gott sei da endlich wieder wohl hier bleib liegen arschloch leute ist bald alle heiligen hier hat eigentlich keinen sinn was ich gerade gesagt habe aber egal mal ich bin nicht so fau da hinten hin zu laufen der muss aber auch ein flip auf der hand haben dass das ding so ein bumms hat ohne scheiß wenn ich der wäre ich hätte angst ohne scheiß dass ich mir den den loris abreißen ohne scheiß mit dem bisher das ist mal der pimmel sag ich schon der ist am strohland hält er das ding da und dann reist er sich das teil ab weil er so so grad beim ab troppe so weg jetzt lernst du menschlein vor diesem tron zu winseln und zu fliehen du zuerst das ist auch schlechter hier gebe ich auf die fresse boah scheiße es geht ja hier volle granate ab euch gebe ich ein sucht die fresse ich habe zu viel leben verloren fangt wie es gerade mal so was im kopf reingekommen wirst du was echt beschissen eigentlich wäre also was 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 eigentlich so ein richtiger nonsense ist stellt euch ein berserker vor und der hat tobsucht jetzt mal der hat tobsucht und ist ein häuptling den würde ich niemals als häuptling machen also nur mal so jetzt stellt euch das mal vor im mädchen oder als opa her und der bringt und er hat und der das ist ein besser hat einfach tobsucht das haben wir so standard mensch also den ihr stand die dinge und bringt er einfach einen seiner leute und zack ist er weg steht er wie ich mein prinzip würde ja mit einem tag und tür und tor ist mir gerade nur so eingefallen ich meine ist er also hysterischer her wenn der hysterischer her ist natürlich alles klar läuft ja gebe ich zu über den ein haben wir bald ja auch schlimm wenn nicht und meinen kollegen haben sie verdammtes dreckspack naja ein bisschen leben hat er ja noch ja woher kommt eigentlich dieser verdammten banner schon wieder das ist die schwachstellung was zeit zum kacken was willst du eigentlich er pisst euch ihr säcke ich gehe jetzt voll auf den drauf ja komm kämpfe mich so gefällt mir das doch besser das ist fair leck mich doch am mlo scheinkleister already almighty oh leck mich auch auch mehr ebte mit kacke gut um den kümmern würde den klingeln ist so schade weil eigentlich tatsächlich der dialog hat sich in englischen total geil an ich habe ich habe heute morgen ich habe heute vom drucker gestalt ich weiß auch nicht was man schon mit mir los ist da setzt das gehirn manchmal aus ich weiß es nicht so gesund sollte man vielleicht hinterlassen und stehe ich vorm drucker guckt mein kollege an und mein wie heißt das teil printer scheiße wie nennt man das und er guckt mich an und denkt so ist es hätte ich komplett wandern und ich schlag mir auf die schlag mir die fäuste gegeneinander jetzt printer und das wirklich so gefühlt nachdem ich da rumgestottert hab halt da freund manchmal die wortfindung weißt du weißt was du sagen willst du hast einfach das wort natürlich weil das einfach volle granaten vergessen hat am ende hätte ich noch am ende das wäre es geil gewesen ja noch ich sagte er wie wird man das ding mit dem man druckt da habe ich glaube dass wir was du bist jetzt stirbt du dumm sau ok noch ein noch ein bisschen die eier erstmal geschossen jawohl ja du kriegst die festung aber sie dich vor mordor kriegt dich auch so kriegt jeder was aber coole festung hat spaß gemacht das schade halt immer um sagt das ist immer so eine sache bei denen weil entweder hauen die ab oder wir werden halt sie schnell getötet hätten sie ruhig ein bisschen overpowered machen können aber dafür kannst du nichts da sage ich ganz ehrlich geile festung hat super viel spaß und ich freue mich auf weitere festung von dir und sehen wir uns auch beim nächsten mal bis dahin hau da rein dabei macht's gut eure liebe bis zum nächsten mal tschau